Das ist die Musekmauer und sie wurde um 1408 gebaut, ein Teil der Stadtbefestigung. Es befinden sich immer noch neun von zehn Türmen hier oben und das waren natürlich auch Wachtürme, weil man Angst hatte, dass jemand von dieser Seite die Stadt angreifen könnte. Deshalb hat man sie so dann auch miteinander verbunden. Die Türme standen ein bisschen früher da und dann hat man das Ganze dann in frohen Arbeit hat man das Ganze so erstellt. Musik 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 Ich glaube, es ist ein Schwester.